Ich werde einfach mal die Ikonen der Welt nackt darstellen, so wie man sie noch nie gesehen hat, die meisten zumindest. Und dann habe ich mir einfach weibliche Verstärkung geholt und natürlich Blondinen, weil ich einfach Blondinen mag. Und wir werden den richtigen Victoria's Secret Engeln Konkurrenz machen. Ein guter Badehanzug, Baywatch, große schöne Brüste. Eine berühmte Pose. Sie ist die mächtigste Frau der Welt und ich finde sie gut. Eine Frau, die weiß ich wie ein Mann. Eine absolut Diekunde. Gerade schaue ich mir das Motiv der Barbie an, das ist ja das zweite, was wir heute machen. Da wird halt vor allem die Herausforderung sein, diese Körper so möglichst puppenhaft wie möglich hinzukriegen. Das ist so ein bisschen dieses plastikhafte, ganz große Augen und riesen Wimpern. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020